Träppelwirbel! Hallo, liebe Bücherwürmer! Natürlich dürfen bei den Top-Listen auch die besten Filme aus dem Jahr 2012 nicht fehlen. Und deswegen habe ich hier mal meine Top 7 der besten Filme für euch. Tatsächlich fiel mir bei den Top-Listen die Filmliste am schwersten. Ich war dieses Jahr echt ziemlich, ziemlich oft im Kino und habe auch einige gute Filme gesehen. Deswegen möchte ich eigentlich am liebsten mit den Honorable Mentions beginnen. Das sind einfach so ein paar Filme, die ich besonders gut fand, die es aber aus verschiedenen Gründen nicht in die Top-Liste geschafft haben. Fangen wir an mit Black Clansman. Den fand ich so unfassbar gut, aber die Top 7 war einfach stärker. Genauso wie I Feel Pretty. Der hat mich unfassbar gut unterhalten, weil der auch so lustig war und eben nicht diesen typischen Amy Schumer Humor hatte. Ja, und leider hat es auch Peter Hase nicht in die Top 7-Liste geschafft, aber der war so süß und die Hasen waren einfach so gut animiert. Ja, auch ein Star Wars Film. Im Solo A Star Wars Story konnte es nicht in die Top-Liste schaffen. Ich musste ihn aber trotzdem aufnehmen und erwähnen, weil ich ihn natürlich dennoch mega, mega gut fand. Ich habe 2018 relativ spät Bohemian Rhapsody gesehen, aber trotzdem, mein Freddy-Herz ist so aufgegangen. Ein richtig, richtig guter Film war auch The Man Who Killed Don Quixote. Und zwar nicht nur wegen Adam Driver. Der war einfach so skurril und so lustig und so dämlich zwischendurch. Ich habe den total abgefeiert. Irgendwie wirkt es so ein bisschen, als wäre der letzte Mace Runner Teil 2017 rausgekommen. Aber der kam ja relativ am Anfang von 2018 und deswegen hatte ich den gar nicht mehr so im Kopf. Aber Mace Runner, die auserwählten in der Todeszone, war so gut. Und ich fand das Ende auch noch irgendwie so viel besser als im Buch. Und auch Spider-Man Into the Spider-Verse hat mich so überrascht, weil das von den Animationen was war, was ich noch nie in meinem Leben gesehen habe, weil es wirklich wie so ein Comic ist tatsächlich. Und Spider-Gwen, allein deshalb fand ich den schon so mega. Und jetzt zuletzt bei den Honorable Mentions kommt noch ein Filmtitel, dessen Titel ich nicht unbedingt gut aussprechen kann, weswegen ich ein bisschen schiele und ablese. Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Boah, das war einfach so ein Höllenritt. Der war so spannend und voller Emotionen und Dramatik. Und den habe ich auch relativ am Anfang von 2018 gesehen. Aber auch der hat es leider nicht in die Top-Liste geschafft. Ihr seht also, die Top-Listen-Filme müssen sich mit einer ganz schön krassen Konkurrenz rumschlagen. Deswegen wollen wir gar nicht weiter fackeln. Kommen wir jetzt mal direkt zu meiner Top-7. Auf dem siebten Platz ist Model Engines Krieg der Städte. Ich finde es immer noch so wahnsinnig schwer zusammenzufassen, worum es in dem Film- bzw. in der Buchvorlage eigentlich geht. Das Ganze spielt in einem Zukunftsszenario und die Städte sind eben nicht mehr so auf dem Land, wie wir das kennen, sondern es sind alles so rollende Städte. Es sind so richtige Maschinen. Das ist alles so ein bisschen Steampunkig, aber jetzt ohne so nach Steampunk komplett zu schreien. Ja, und London ist einer der größten Städte. Und es hat sich mittlerweile so entwickelt, dass die Städte immer andere Städte fressen. Die haben dann so einen riesen Maul und dann nehmen die einfach andere Städte in sich auf. Und das ist sozusagen das Zeitalter der Raubstädte. Und London ist eben eines der größten, logischerweise. Und in dieser Stadt lebt der junge Tom, der will mal Historiker werden. Der kommt auch eher so aus der Unterschicht. Und deswegen will er sich besonders bemühen, irgendwie erfolgreich zu sein. Und eines Tages sieht er einen Attentat auf einen der größten Historiker bei ihm in der Stadt. Und er versucht diesen Attentat zu verhindern und merkt dann, dass eben nicht irgendwie so ein großer Klotz hinter diesem Attentat steht, sondern ein junges Mädchen. Und die trägt so einen roten Schal. Und wie das Schicksal das halt so will, dieser große Historiker überlebt. Aber Tom und dieses junge Mädchen namens Hester Sean, die müssen dann zusammen ein Abenteuer bestreiten. Das ist alles sehr komplex, weil ich will euch ja auch nicht zu sehr spoilern, aber die beiden kommen dann eben aus London raus und versuchen nach London wieder einzudringen. Und das Tolle ist halt, dass sich hier zwei Figuren gegenüberstehen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander gemeinsam haben. Weil Hester kommt von einer Stadt, die halt wirklich auch noch eine Stadt ist. Und die findet dieses ganze Raubstättenprinzip total dämlich und blöd und will dagegen ankämpfen. Und Tom, der ist eben auf einer Raubstadt aufgewachsen und der findet London natürlich toll. Und dahinter steckt auch noch eine ziemliche Rache-Geschichte, weil Hester diesen Historiker unbedingt umbringen, weil der was ihren Eltern angetan hat. Und es ist einfach so gut. Es ist so verdammt bildgewaltig. Ist ja auch kein Wunder, wenn Peter Jackson seine Hände im Spiel hat. Aber das ist so ein Film, den muss man einfach im Kino sehen. Der wirkt auf einem kleinen Fernseher dann nicht mehr. Ich finde den einfach richtig cool, weil diese ganze Idee, dieses Szenario war für mich einfach so neu. Und ich habe sofort angefangen, das Hörbuch zu hören, weil mich diese Idee so fasziniert hat. Und ich finde, das könnte nochmal so einen richtigen Jugendbuch-Hype auslösen. Aber ich fürchte, dazu hat der Film einfach zu wenig eingespielt. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil für mich war das einer der spannendsten Filme, die ich in diesem Jahr gesehen habe. Auf Platz 6 ist Nur ein kleiner Gefallen. In dem Film geht es um eine junge Mutti und die macht so Backvideos und hat einen kleinen Sohn. Und den bringt sie immer ganz brav in die Schule. Und dort in der Schule, als sie ihren Sohn eines Tages abholt, lernt sie eine andere Mutter kennen. Und die ist so das komplette Gegenteil von ihr. Die ist so voll elegant und total selbstbewusst. Und die Kinder wollen am Nachmittag dann gerne miteinander spielen. Und die selbstbewusste Mutti, gespielt von Black Lively, sagt dann, ja, okay, wenn es sein muss, dann kommst du halt mit. Ja, und die Haushaltsmudi kommt dann eben mit zu denen nach Hause. Die trinken was und die freunden sich so ein bisschen an. Und diese Beziehung zwischen meinen Frauen ist so mega schön anzusehen, wie diese Freundschaft wächst. Aber eines Tages geht die Black Lively verschwunden. Und die andere Mutti macht sich dann so auf die Suche, weil die denkt so, ja, kann ja nicht sein, dass die eines Tages verschwunden geht. Der Haken daran ist, dass die Black Lively gesagt hat, ja, passt doch bitte einfach mal heute auf meinen Sohn auf. Und danach ist sie verschwunden gekommen. Das heißt, die andere Mutti hat auch noch den kleinen Sohn am Hals. Und das Ganze ist so ein bisschen eine Krimi-Geschichte, weil es soll ja herausgefunden werden, was ist mit der passiert. Und es ist so abgefahren alles und so schön absurd. Das Ganze basiert auch auf einem Buch, das ich allerdings nicht gelesen habe. Mir gefiel im Film einfach dieser Humor, gepaart mit diesen Horror, Krimi, Erotik, Sachenwelt. Es war so eine krasse Mischung. Irgendwie ist es Trash vom Feinsten. Ohne das aber so richtig draufzudrücken. Die Leute, die den Film gemacht haben, die wussten einfach, was sie tun. Und das merkt man dem Film total an. Ich fand den mega spannend. Ich habe mitgefiebert. Das Ende ist einfach so übertrieben und total bescheuert. Echt ein guter Film. Auf Platz Nummer 5 ist The Greatest Showman. Ja, wie kann es natürlich anders sein? In dem Film geht es um den Typen, der quasi den Zirkus erfunden hat. Beziehungsweise diese Art Freakshows, wie man sie damals nannte. Und der ganze Film zeigt ebenso, wie er von einem kleinen Jungen zum Greatest Showman alive wurde. Das ist jetzt verdammt kurz zusammengefasst, aber darum geht es halt. Mich hat es besonders gefreut, dass es eben auch ein Musicalfilm ist. Das heißt, es gab wieder ganz, ganz tolle Lieder und die singe ich auch immer verleißig mit, weil die einfach so im Ohr bleiben. Aber eben nicht nur die Lieder sind so wundervoll. Die Kostüme, die Tänze. Dieser Film ist einfach so lebendig und der hat so eine tolle Botschaft, nämlich, dass man einfach so sein sollte, wie man ist und sich für nichts schämen muss. Diese ganze Mischung hat es einfach gemacht. Echt ein absoluter Herzensfilm, den man tausendmal am Stück schauen kann. Und ich freue mich jetzt schon darauf. Ich werde nämlich 2019 New Jackman live sehen. Auf Platz vier ist tatsächlich auch ein Marvel-Film. Aber nicht etwa Black Panther oder Infinity War. Es ist Deadpool 2. Der verrückte Söldner ist zurück. Und im zweiten Teil passiert etwas in Deadpools realem Leben, das ihn echt ziemlich fertig macht. Das heißt, Deadpool braucht eine neue Motivation, um zu leben. Und das sind nicht nur Kampf und Mord. Das Schöne an Deadpool 2 ist, dass wir hier so viel mehr X-Men-Abenteuer haben. Deadpool will nämlich die X-Force gründen. Und mit dabei sind dann alles so Charaktere, die einfach eigentlich nur dumme Superkräfte haben oder nicht so richtig was können. Und das ist irgendwie total schön mit anzusehen, wie die alle miteinander agieren. Außerdem ist Domino so cool, weil ihre Superkraft ist einfach Glück. Ich möchte ihre Superkraft haben. Das sind aber alles nur Nebenplots, weil eigentlich geht es darum, dass Cable aus der Zukunft in Deadpools Gegenwart kommt. Ja. Und jemand ganz Bestimmtes vernichten will. Nämlich einen kleinen Jungen. Und es macht total Spaß, so zu sehen, wie Deadpool diesen kleinen Jungen beschützt. Sicherlich kleine Junge, aber selber einfach voll der Fiese gemein ist. Und man eigentlich nicht so genau weiß, okay, soll er ihn jetzt töten oder nicht? Aber ich liebe den Kleinen so sehr. Firefist ist so toll. Ja, und warum es Deadpool meine Top 7 geschafft hat, ist einfach der Grund, dass der Film so absurd und lustig ist. Und so viele Marvel Easter Eggs hatte. Also gerade das Ende hat mir auch nochmal gezeigt, wie absurd toll Deadpool ist. Und dass es eigentlich überhaupt gar keinen Sinn alles ergibt. Und ich liebe einfach diesen Humor und diese Derbheit von Deadpool. Auf Platz 3 ist Fantastische Tierwesen, Grindelwalds Verbrechen. Ja, come on, es war doch klar, dass irgendwo auch noch Harry Potter landen musste. Ich habe ja auch echt ganz schön viel über Grindelwalds Verbrechen gesprochen. Ich habe mit meinen Freunden Sarah und Jenny beispielsweise einen kompletten Videotalk über den Film gemacht. Ich habe ganz speziell zu Credence und zu Grindelwald auch noch ein Video gedreht. Ich werde euch das gerne mal auf dem I und unten in der Infobox verlinken, wenn ihr mehr über Fantastische Tierwesen erfahren wollt. Weil ich will die Handlung jetzt auch nicht nochmal runterbrechen. Aber natürlich will ich euch erklären, warum es der Film doch noch so weit hoch geschafft hat. Einfach, weil ich glaube, in keinem anderen Film im Kino diese Erfahrung gemacht habe, dass ich dachte, wow, wow, krass und so angespannt war wie in diesem Film. Also wenn ich ihn jetzt mal mit so ein paar anderen Filmen aus meiner Top-Liste vergleiche, muss ich schon sagen, dass das Drehbuch eher schwächer war als bei anderen Filmen und dass der Film vielleicht auch insgesamt nicht ganz so schlüssig und gut war wie die anderen Filme. Aber das war der Film, bei dem ich mich am meisten in meinem Kinositz gekrallt habe und bei dem ich dachte, oh mein Gott, ich ertrage es nicht mehr, ich muss wissen, was los ist. Und ich finde, alleine dafür hat der Film einen hohen, hohen Platz in meiner Top-Liste verdient. Auf den ersten beiden Plätzen sind auch solche Filme, die für mich vor allem wegen der Kino-Experience so toll waren. Auf Platz 2 ist daher Mamma Mia! Here We Go Again. Ich glaube, ich habe dieses Jahr bei einem Film nicht mehr geheult als bei diesem. Das ist der zweite Teil der Mamma Mia! Reihe und da geht es dann darum, wie Donners Tochter auf der griechischen Insel das Hotel neu eröffnet. Und man sieht ganz, ganz viele Flashbacks aus Donners Vergangenheit. Man wird erfahren, wie Donna überhaupt auf die Insel gekommen ist, wie sie die ganzen Väter ihrer Tochter kennengelernt hat. Und das ist so ein richtiger Feel-Good-Film. Der ist natürlich auch wahnsinnig, wahnsinnig traurig zwischendurch. Wieso, will ich an der Stelle nicht verraten. Aber dafür ist er mindestens genauso lustig. Mein größtes Highlight in dem Film war Cher. Ich finde Cher genial. Ich finde die Frau so unfassbar lustig. Und ich feiere die total. Und alleine ihr Auftritt in Mamma Mia! 2 war einfach so spektakulär, dass ich gar nicht anders kann, als diesen Film so hoch zu bewerten. Außerdem war ich mit einer Freundin im Kino, die die ABBA-Songs genauso abgefeiert hat wie ich. Und das war einfach so schön. Und der Film ist auch nochmal so eine richtige Familienstory. Also als ich aus dem Kino kam, habe ich sofort meine Mama angerufen und mit ihr telefoniert, weil ich so das Bedürfnis hatte, meine Mama irgendwie an meiner Seite zu haben. Auf Platz 1 Troublewirbel ist Lady Bird. Ich kann's aber noch nicht glauben, dass Lady Bird immer noch so hochgerankt ist bei mir. Aber ich hab wirklich dieses Jahr keinen Film gesehen, der besser war als Lady Bird. In also wirklich allem. Der hatte nicht nur tolle Bilder, der war nicht nur wahnsinnig lustig, der war wahnsinnig traurig, der hatte ein saugutes Drehbuch, die Musik war klasse, da stimmte einfach alles. In Lady Bird geht es um ein junges Mädchen, das so in einem Kaff von Amerika lebt und eigentlich alles hasst. Also sie findet ihre Mutter ätzend, die findet ihren ganzen Lebensweg, der für sie entschieden werden soll ätzend. Die hasst die Schule, alle Jungs sind nervig, auch alle Freundinnen sind nervig und sie versucht einfach so ein bisschen herauszufinden, wer sie ist. Dabei verstellt sie sich auch krass und muss so ihren ganz eigenen Weg finden. Und sie sagt immer, ja Mama, ich will überhaupt nichts mehr mit dir zu tun haben und ich will aufs College gehen und weit weg von euch, damit ich nie wieder ein Wort mit euch reden muss. Und das ist so ein bisschen auch ein Film, der darum geht, was man alles vermisst, wenn man es irgendwann mal nicht mehr hat. Den Film habe ich im Kino übrigens mit der gleichen Freundin gesehen, mit der ich auch Mama Mia geschaut habe. Und irgendwie war das so emotional, weil wir auch fast ganz allein im Kino waren und dann auch eben so ein bisschen darüber diskutieren konnten während des Films. Und das hat es irgendwie nochmal schöner gemacht. Lady Bird ist so richtig Dramedie vom Feinsten. Und das ist so mitunter mein absolutes Lieblingsgenre. Weil man sich gar nicht entscheiden kann, wie ich jetzt heulen oder wie ich jetzt lache. Ach ja, 2018 war so ein gutes Kinojahr. Ich würde von euch jetzt gerne mal wissen, was denn euer absolutes Filmhighlight in 2018 war. War es doch Infinity War oder etwas anderes. Und ich bin mir ziemlich, ziemlich sicher, dass einige von euch fantastische Tierwesen schreiben werden. Aber vielleicht habt ihr auch einen ganz anderen tollen Filmtipp für mich von einem Film, den ihr 2018 gesehen habt, den ihr mega gut fandet und den ich vielleicht auch noch nicht geschaut habe. Ich freue mich auf jeden Fall, von euch zu lesen. An der Stelle möchte ich mich auch noch bei allen Filmverleihen und Agenturen bedanken, die mir zwischenzeitlich ein paar Pressetickets zur Verfügung gestellt haben. Und dann nochmal vielen Dank an alle coolen Kinos. Ich bin Lea von Liberiarium. Ihr findet mich auf Facebook, Twitter und Instagram unter Liberiarium. Und natürlich würde ich mich auch sehr, sehr freuen, wenn ihr mich dann mal auf meinem Blog besucht. Und mir gibt es immer mittwochs und sonntags ein geekiges oder buchiges Video. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss, Bücherbaba! Beispielsweise... Blababa. Mikrotest, 1, 2, 3. Schinken, schinken, king. Schinken, schinken, schinken. Schinken, 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 schinken. Mikrofumban, schinken. Bla, 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 bla.